Hallo zusammen, ich freue mich, ein Teil eurer Connect Konferenz zu sein. Was erwartet euch? Primär bringe ich mich selber mit, mich und meine Biografie. Was ihr hier hinter mir seht, ist das Town Village. Das ist das Generationenübergriff des Wohnen, ein grosser Komplex, das ich durfte bauen. Aber so hat mein Leben nicht angefangen. Ich bin aufgewachsen als Versäger, ich bin in die Schule gemobbt worden, ich hatte tiefe Minderwertigkeitskomplexe und ein Psychiater hat durch mein Leben gesagt zu meinen Eltern, aus ihrem Sohn wird niemand mehr. Ich kam dann zum Glauben und mein Leben hat sich Schritt für Schritt verändert, wie das ging, über das will ich mich hier teilen. Dann werde ich auch drinnen darüber reden, wie meine Ehe am Ende war und ich trotzdem, dass die Leute gesagt haben, dass es keinen Sinn hat, heute 49 Jahre geheiratet bin und die gleiche Frau wieder geheiraten. Ich habe noch mehr zu bieten, ich habe noch 20 Jahre lang Depressionen, wie man eine grosse Kirche bauen kann, wie man im Leben ausserstehen kann und Menschen dienen, trotz vielen Jahren von Depressionen. Eben das will ich mit euch reden. Ich werde auch die Frage streifen, warum lässt Gott all das zu? Wo ist Gott in all dieser Not? Und wie lebe ich mit Begrenzungen? Wie kann ich aber auch mit meinen Stärken erleben? Ich freue mich, mich selber euch mitzubringen, wenn ich komme. Bis bald. Tschüss zusammen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.